Im Skandal um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard sucht das Bundeskriminalamt jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Manager. Dem ehemaligen Vertriebsvorstand Jan Marsalek werden Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Der Österreicher könnte für den Verlust von bis zu drei Milliarden Euro mitverantwortlich sein. Der Aufruf an die Bevölkerung ist auch Thema bei Aktenzeichen XY. Beamte der philippinischen Einwanderungsbehörde hatten offenbar die Reisedaten des Managers gefälscht. Jan Marsalek soll zusammen mit anderen Beschuldigten die Umsatzsumme von Wirecard durch Scheingeschäfte aufgebläht haben. Wegen des Finanzskandals scheidet Wirecard in der kommenden Woche aus dem DAX aus. Die deutsche Börse ändert dafür extra ihre Regeln, sodass insolvente Unternehmen in Zukunft sofort den DAX verlassen müssen.